Hey Skat-Freunde! Erst vor ein paar Tagen, konkret beim Ligaspieltag, wurde ich angesprochen. Daniel, was ist eigentlich dieses Jahr mit dem Skat-Masters-Finale? Es sieht so aus, als wärst du noch gar nicht qualifiziert. Das heißt, da wusste jemand, wo man schauen kann. Und auch auf YouTube ist das Interesse vorhanden, wie zum Beispiel dieser Kommentar zeigt. Wann kommt das Format GameDuel Skat-Masters mal wieder? Das ist mein Lieblingsformat. Ja, und da habe ich mir doch gedacht, mache ich doch mal wieder dieses neue bewährte Format, eine Mischung aus Skat-Analyse und Skat-Stories. Wie ist es mir eigentlich in diesem Jahr in der Skat-Masters-Qualifikation ergangen? Ja, und fahre ich nun nach Berlin oder fahre ich nicht? Und bevor wir dazu kommen, haben vielleicht die ein oder anderen von euch jetzt schon eine kleine Wette abgeschlossen und sich gefragt, wann sagt Daniel Holy Energy? Und das ist die Antwort. Jetzt ist es passiert. Mein neuer Werbepartner Holy Energy, den möchte ich euch noch mal kurz vorstellen. Und zwar, indem ich euch einfach mal das Probierpaket ans Herzen lege und euch das mal zeige. Das ist bei mir nämlich vor ein paar Tagen angekommen. Und ich denke auch, alleine diesen Paket, man sieht dem schon an, da steckt einfach ein bisschen mehr Liebe drin, als man so von anderen Produkten gewohnt ist. Und das ist auch der Grund, warum mich das total abholt. Okay, es gibt eine kleine Grußkarte mit den Vorteilen, es ist vegan, es ist kein Zucker und so weiter und so fort. Und dann hat man hier dieses kleine Probierpaket mit vier Tüten in drei verschiedenen Sorten. Und das würde ich euch auf jeden Fall empfehlen, bevor ihr diese etwas größere Dose nehmt. Denn die verschiedenen Geschmacksrichtungen, das ist schon ein Unterschied. Ich habe meinen Favoriten auch erst über diese Probierpakete gefunden. Und dieses Probierpaket, das kostet mit dem Rabattcode SCATLernen 15 Euro, roundabout. Und ja, da kann man sagen, ja Moment mal, die wollen dann nur ihr Zeug verkaufen und ganz schön teuer. Aber versucht doch einfach mal im Supermarkt, sage ich jetzt mal, zwölf Dosen Energy-Trink, der dann auch noch zuckerfrei ist, der dann auch noch vegan ist, der dann auch noch echt gut schmeckt. Schmeckt wirklich fruchtig. Versucht mal für 15 Euro so viel Inhalt Energy-Trink im Supermarkt einzukaufen. Ich sage, das wird verdammt schwer. Also ein Produkt, was ich vorbehaltlos empfehlen kann. Und ja, ich sage deswegen nicht, ihr müsst das Zeug kaufen. Aber ich sage, zieht es mal in Erwägung. Könnt ihr mich gleichzeitig ein bisschen mit unterstützen. Und vielleicht in einem der nächsten Livestreams können wir dann schon gemeinsam anstoßen. Und das hier ist mein Lieblingsgeschmack. Raspberry. So, das dazu. Und dann kommen wir mal hier zu dieser ersten Partie. Habe ich gespielt in der Qualifikation in der letzten Woche. War tatsächlich das erste Spiel der Serie in Vorhand. Nach Skat-Aufnahme natürlich. Es war noch eine 20er-Reizung aus Mittelhand unterwegs. Hört man jetzt nicht unbedingt gerne, wenn man hier versucht oder hofft, dass der Doppelläufer kommt. Aber es ist ja nichts zu ändern. Ich habe dann ganz normal, sage ich mal, klassisch gedrückt. Vier Augen Karo und dann den Kreuz. In Vorhand kann der schon sich auf verschiedene Weise gut entwickeln. Ich habe zwar nur vier Trumpf und ohne sechs. Klar, Risiko. Aber wenn die Trümpfe bei den anderen vier zu drei verteilt sind, dann kann man das im Zweifel sogar verkraften, dass eine Zehn gestochen wird. Wenn dann von dem Viertrümpfer gestochen wird, man danach vielleicht nochmal angespielt wird. Also ich spiele Trumpf raus, werde in Pik angespielt. Ich spiele wieder Trumpf raus. Jetzt kam Pik und wurde gestochen. Und wenn jetzt zum Beispiel einfach Herz auf den Tisch kommt, von dem, der da Herz gereizt hat, dann komme ich mit Herz ran, vielleicht sogar mit der Dame, spiele ein drittes Mal Trumpf raus. Und dann sind im Zweifel, wenn die Trümpfe noch 1-1 fallen, ist alles geklärt. Aber so war es natürlich nicht. Es war tatsächlich so, ich spiele Trumpf raus, Pik, ich spiele nochmal Trumpf. Und dann wurde Pik 10 gestochen. Und jetzt gab es zwei kleine Unglücksfälle. Erstens mal, es kam kein Herz hinterher, sondern Karo. Und zweitens mal, es hatte der Dreitrümpfer gestochen. Hier waren die beiden anderen Trümpfe, mein Herz 10 flog dann auch zum Fenster raus. An Karo Volles kam ich auch nicht ran. Also recht wehrlos hier erstmal ein Kreuz ohne 6 verloren. Das war mal wieder ein Auftakt in das letzte Skat Masters. Und jetzt schauen wir trotz alledem mal, wie sich das darstellt. Also hier haben wir ein Game-Duell. Ich gehe mal auf Skat Masters. Jetzt mitspielen und zum Skat Masters. Und dann gehen wir jetzt erstmal auf meine vergangenen Qualifikationsturniere. Und da sieht man im Prinzip meine ganze Saison auf einen Blick. Und das ist, wenn ihr so hier von Anfang an schaut, an sich erstmal eine Chronik des Scheiterns. Also ich habe am Anfang versucht, im ersten, zweiten, dritten, vierten, aber die Punkte zeigen schon, ich habe fast kaum eins von diesen Turnieren zu Ende gespielt. Denn man muss ja immer nur drei Spiele machen und wenn man schlecht steht, braucht man gar nicht weiterspielen. Und es ist natürlich so, du brauchst ungefähr 2000 Punkte auf 36 Spiele. Und das heißt, wenn du es mal umrechnest, pro Päckchen, pro drei Spiele brauchst du eigentlich 170 Punkte. Das sind gar nicht mit vieren. Alle drei Spiele bei 50 Punkten gibt es dann für das gewonnene Spiel noch extra. Oder zwei andere Spiele oder nochmal 40 von der Seite. Aber letztlich 170 Punkte pro Päckchen, das ist krass, das ist hart. Das heißt, da muss man Vollgas geben. Das ist wie, als ob du ohne Bremse ein Rennen fährst. Und eigentlich ist nicht die Frage, ob du aus der Kurve fliegst. Eigentlich ist nur die Frage, wann du aus der Kurve fliegst. Ist es zum Beispiel, hier habe ich 600 gemacht. Ja, da wird es wohl mich bei dem neunten Päckchen erst endgültig zerlegt haben. Hier bin ich möglicherweise direkt im ersten Päckchen rausgeflogen. Ich weiß es nicht mehr. Aber du brauchst dann eben wirklich mal das Glück, dass du volle Kanne, Risiko gehst und wirklich wie durch ein Wunder diese zwölf Päckchen überstehst und am Ende ein richtig gutes Ergebnis hast. Ja, also dass ich es nicht versucht hätte, könnte man nicht sagen. Aber bis hier zum 24. Turnier und damit überhaupt mein 14. oder 15. Versuch, habe ich nicht mal überhaupt eine Serie zu Ende geschafft. Was vielleicht auch zeigt, ich war Anfang des Jahres auch mit ein paar oder Ende letzten Jahres und Anfang diesen Jahres noch mit ein paar anderen Dingen beschäftigt. Es war nicht meine allerhöchste Priorität. Und dann habe ich jetzt im Januar tatsächlich das erste Mal 1593 gespielt. Aber das ist natürlich auch nichts wert, denn ich spiele ja hier nicht am Ende, um die 30 Euro einmal zu gewinnen, sondern um mir das Ticket fürs Finale zu holen. Und eine 1593, die kannst du auch noch nicht einbauen in die Jahresrangliste, wo die besten sechs Ergebnisse zählen. Da brauchst du an sich auch alles über 1800, wird da erst interessant. Also, erste kleine Duftmarke gesetzt und dann ging es wieder weiter, wieder nix, nix, nix. Und erst jetzt hier ab dem Mai, sage ich mal, habe ich vielleicht der ganzen Geschichte auch ein bisschen mehr Zeit, ein bisschen mehr Energie gewidmet und habe mal hintereinander ein paar Serien auch zu Ende gespielt. 1291, jetzt auch nicht das, wo man hier hin will. Aber immerhin, man sieht am Stück mal ein paar Serien zu Ende gespielt und dann auch mal eine 1701, eine 1698. Das war noch nicht wirklich in der Nähe von dem, was man braucht. Ich habe also im Endeffekt auch nach 46 Turnieren noch kein Bein auf dem Fuß gehabt. Aber dann, nach dem Punktspiel, da ist es passiert, Spoiler-Alarm. Und, jawohl, Daniel fährt nach Berlin. Hier ist mir tatsächlich dann in der letzten Woche, genau in der Woche nach dem Punktspiel, eine 2000er-Serie rausgepurzelt. Und vielleicht war das auch so ein bisschen, dass mich das Punktspiel mit den echten Karten, mit diesem Wettkampf und auch mit der einen sehr guten Serie, wo ich 20 zu 1 gespielt habe, das hat mich schon irgendwie richtig motiviert und auch mir wieder Selbstbewusstsein gegeben. Ich hatte gleich irgendwie ein gutes Gefühl. So, aber jetzt kann man eben da tatsächlich mal reingucken. Ja, und das Spiel, was ich euch hier eben gezeigt habe, Kreuz ohne 6 verloren, dieser hier, das war tatsächlich das allererste Spiel in dieser Serie. So, Kreuz ohne 6, Spiel 7, verloren 14, minus 168, plus noch die 50 Minuspunkte, also minus 218 im ersten Spiel von dieser Serie. Das wäre normalerweise eine Geschichte, wo du gleich sagst, alles klar, wieder nichts geworden, rausgeflogen, Neustart. Aber ich habe dann natürlich das Päckchen noch zu Ende gespielt und habe noch zwei 48er-Spiele bekommen. Und dann bleibt am Ende minus 168 und 15, also minus 216, plus die 2 mal 98, bleiben minus 22 stehen. Im Prinzip lustig, dass mir genau diese minus 22 dann jetzt den ersten Platz in dem Turnier mich gekostet haben. Aber der dritte reicht ja. Also so gesehen wollen wir froh und dankbar sein. Ich war dann hier wohl zu bequem, bei minus 22 Neustart zu drücken und habe gesagt, na gut, 1, 2 können wir uns ja noch anschauen. Und das zweite war dann gleich so ein Turbo-Päckchen 378. Da hatte sich das Thema, ich gebe jetzt auf, natürlich auch schon wieder erledigt. Denn plötzlich waren wir ja schon wieder über dem gewollten Schnitt, quasi über den 170 pro Paket. Und es ging an sich gut weiter, auch wenn schon so ein kleiner Abwärtstrend erkennbar war. 210, 196, es sind ja immer nur drei Spiele. Also sehr gute Karten, sehr schöne, erfreuliche Ergebnisse. Natürlich sind da auch einige gewagte Partien dabei gewesen. Ich zeige euch gleich noch zwei weitere. Es ist auf jeden Fall erkennbar, es ist schon so ein bisschen wieder der Abwärtstrend. Und wenn du dann in so einem Päckchen mal plötzlich nur 98 machst, also nur einen einfachen Grang, dann wirft dich das Gefühl schon wieder so ein bisschen zurück. Also zur Hälfte hatte ich knapp über 1000. Im siebten Päckchen gewinne ich dann im ersten Spiel einen einfachen Grang. Im zweiten Spiel war nichts. Und im dritten Spiel komme ich einfach für 48er Reizung nicht dran, obwohl ich ein Kreuz ohne drei mit zwei Seitenassen habe. War bitter, wird ein Grang gewonnen. Gerade so mit 64 mit Hängen und Würgen, mit viel Unterstützung von meinem Mitspieler. Stellt sich raus, habe ich gegen meinen guten Bekannten Hartmut gespielt, der natürlich hier auch im Masters, den ich da sicher spätestens wieder persönlich treffen werde, einfach mal nicht rangekommen für 48. Gut, hilft ja nichts. Und dann kommt plötzlich hier im achten Päckchen so ein absolutes Oberturbo-Päckchen 421. Also habe ich natürlich alle drei Spiele gemacht. Und das Erste von diesen dreien, das zeige ich euch mal, das zeigt auch wirklich, dass du da gar nicht, sage ich mal, Herr der Geschichte bist. Du bist auch wirklich ein bisschen Spielball des Glückes und dessen, was deine Mitspieler da so veranstalten. Du kannst so ein Turnier nicht 2000 spielen, ohne dass du nicht auch mindestens 5, 6 Spiele irgendwie glücklich geschenkt bekommen hast oder die Karte halt sehr glücklich stand. Also, was ist in der Partie passiert? Ich habe in der Hand gegen zwei Reizungen. Ich sitze wieder in Vorhand. Die Ausgangskarte ist gar nicht mal schlecht, muss man sagen. Die ist sogar recht stabil. Aber natürlich ist es mal wieder ohne Bauern. Und deswegen ist es natürlich immer irgendwie ein Risikospiel. Das sind natürlich genau diese teuren Spiele, die man in dem Fall auch sucht. Also, zwei Reizungen. Ich glaube, irgendwas 24, Mittelhand, Hinterhand auch noch irgendwo 30, 36. Also, schon irgendwie ein Warnsignal. Aber andererseits, hier reizen natürlich in diesem Format alle ein bisschen mehr, als sie haben, weil du die 2000 brauchst. Deswegen lasse ich mich davon gar nicht so sehr ins Boxform jagen. Und nach Skat-Aufnahme habe ich jetzt also folgende Karten in Vorhand. Üblicherweise würdest du vielleicht mit so einem Blatt jetzt Karo spielen, vielleicht Pik Dame König drücken, vielleicht Herz 10 und Pik König drücken sogar. Oder den Pik Spielen irgendwie mit, weiß ich, Karo König im Keller, Pik König im Keller oder Herz 10. Was auch immer. Du würdest ein Farbspiel machen. Du könntest sogar auf die Idee kommen, hier 0 zu machen, wenn jetzt nicht die hohe Reizung wäre. Wenn das eine kleine Reizung wäre im anderen Kontext, könntest du vielleicht 0 spielen und hoffen, dass du hier die richtige Farbe oben hast. Aber wir sind ja hier beim Skat Masters. Wir brauchen volle Punkte. Und obwohl wir bis zu diesem Zeitpunkt halt gut stehen, können wir uns nicht zurücklehnen. Denn es braucht immer noch 900 Punkte in den letzten fünf Päckchen. Also wir müssen voll weiter ins Risiko gehen. Also komme ich natürlich sofort auf die Idee, komm, Vorhand, den machen wir halt als kranglos. Und ja, das kleine Problem, also Karo muss natürlich 10 und Dame verteilt sein. Grundvoraussetzung. Wenn das Karo ausgestochen wird, hat das Ding natürlich gar keine Chance. Jetzt könnte man natürlich auf die Idee kommen, ansonsten das Risiko ein bisschen zu minimieren und die Herz 10 mit wegzudrücken. Dann brauchen wir an sich nur diese drei Stiche. Aber Problem, 24, 38 und die beiden Asse sind halt nur 60. Also wenn ich in Karo statt dem König die Dame gehabt hätte, dann hätte ich sicher 14 gedrückt. Und der Plan wäre einfach nur drei Stiche zu machen. Ging jetzt nicht, zumindest nicht so geradlinig. Also eben irgendwie einfach hier acht Augen gedrückt. Wupp. So, und dann den Gang. Jetzt müssen halt vier Stiche laufen. Karo muss verteilt sein. Und Herz, Asseen. Gut, Herz habe ich ja nicht noch den dritten Herz dabei. Also Asseen ohne Fuß. Wie ich so manchmal sage, da ist ja die Chance durch auch 70 Prozent, dass das läuft. Ja, und auch wenn Karo gut verteilt ist, dann ist ja meist auch Herz gut verteilt. Also ich habe das jetzt ohne allzu schlechtes Gefühl einfach so angesagt. Was kann ja auch groß passieren? Entweder du gewinnst und darfst weiterspielen oder sonst kannst du halt danach direkt wieder den Neustart-Button drücken. Also Karo Asse gezogen. Karo Asse lief durch erfreulicherweise mit der Dame und der Zehn. Wie geplant, wunderschön. Acht plus 24, 32. Herz, Asse gezogen. Und jetzt kam da schon die Herzdame und das sah natürlich schon ein bisschen verdächtig aus, sage ich es mal. Verdächtig. So, da haben wir liegen. 46 Augen. Jetzt wäre es natürlich wirklich schön gewesen, wenn wir die Herz 10 schon gedrückt hätten. Dann einfach noch Kreuz, Asse, sagt zu. Ende der Geschichte. So war aber nicht. Also gucken, ist da auch noch der Herzkönig? Aber da war nicht der Herzkönig. Ach, pass auf. Die Dame kam von der anderen Seite. Sorry, dafür. Von links kam die Lusche, von rechts kam die Dame. Jetzt kam der König und jetzt wurde gestochen. Ja, und jetzt ist halt eigentlich der Moment, gerade wenn jetzt das Spiel auch noch so weiterläuft. Pik, Asse, Lusche und hinten fällt, wird angefangen Kreuz abzutragen, wo das Ding eigentlich in die ewigen Jagdgründe eingeht, ohne dass du jetzt noch irgendwas groß machen kannst. Was ist jetzt aber tatsächlich passiert? Ich meine, ich habe halt 46 liegen. Ich brauche aufs blanke Asse ja sowieso einen König, was unwahrscheinlich ist. Aber jetzt sitzt die Karte halt ein bisschen Glück im Unglück noch zumindest so, dass der hinter mir wirklich die drei Kreuz, Luschen hat. Und der vor mir 10-König-Dame. Und aus irgendeinem Grund, den jetzt keiner erklären kann, ich zuallerletzt, aber so ist es gewesen, hat er, nachdem er Pik, Asse, 10 gezogen hat, jetzt nicht Pik weitergespielt. Dann könnte da die letzte Kreuz-Lusche abgetragen werden. Er hat auch nicht irgendwie nur Kreuz-Dame gespielt, sondern er hat genau den Kreuz-König gespielt, Kreuz-König, Kreuz-Ass und da fällt die letzte Lusche. Und ich gewinne diesen Rang des Wahnsinns quasi hier mit 61 Augen und mache dann danach, genau wie es dann manchmal eben auch so ist, noch die beiden nächsten fetten Spiele und habe hier dieses 400er-Päckchen. Und jetzt hatte ich tatsächlich nach 8 von 12 Päckchen, also nach zwei Drittel des Weges, schon 1500 Punkte liegen und ein paar. Und das ist so der erste Moment, wo du denkst, ah, hier könnte wirklich was gehen. Jetzt geht es schon langsam los, dass du ein bisschen auch taktisch versuchst zu agieren. Vielleicht dich schon ein kleines bisschen zurücknimmst und nicht mehr ganz so locker jede Kirsche reizt. Ja, im neunten Päckchen, 80 Punkte, da gab es dann kein eigenes Spiel, das einzige Päckchen ohne eigenes Spiel, sondern nur zweimal 40 von der Seite. Das ging aber auch ganz kurios los. Das muss man natürlich sagen, macht auch gerade im Nachgang, wenn es trotzdem geklappt hat, macht das natürlich Laune, das einfach mal zu zeigen. Da komme ich doch in Vorhand mit folgender schönen Karte. So, Herz 10, König. Da ist die Herz 10, da ist die Herz 10. Moment. Das hier noch wieder raus. Herz 10, König. Und jetzt müssen ja irgendwann auch noch die guten Karten kommen. Das sind 6, 7, 8 und Pikas Lusche. Also, genau nach diesem schönen Päckchen kriegst du in Vorhand so einen Ansatz. Also auch 5 volle Bauern, 20 Augen in der Planung schon irgendwie gedrückt für den Kragen. Aber eigentlich denkt man auch, gut, man reizt halt erstmal. Man kann aber erstmal gucken, was drin liegt und dann den Plan machen. Also, Kreuz reizen wir ja auf jeden Fall. Und, naja, wie es dann so ist. Mittelhand fängt an, 18, 20, 2, 3, 4. Tschubti, tschub. Wir ändern den Plan. Kann auch sein, dass ich gar nicht, ich glaube, ich hatte nicht Pik 7, sondern Pik 9 oder so. Also, ich hatte keine 7 im Blatt. Deswegen habe ich natürlich gemutmaßt und gehofft, dass da eine Null-O-Wehr-Reizung unterwegs ist. Und habe gedacht, ja, dann müssen wir halt auf Kragen gehen. 46 gehalten, zack, 48, sagt er mir. Ja, jetzt, wenn du 48 gesagt bekommst, dann musst du natürlich an sich die Sache nochmal komplett neu denken und dich fragen, ob das jetzt eine gute Idee ist, hier weiterzumachen. Entweder der hat drei Bauern und selber irgendwie so mit den beiden Assen irgendwie so einen Kragen-Ansatz oder drei Bauern und sehr langen Pik. Oder der hat einen Null-O-Wehr-Hand. Ja, was heißt, Kragen-Hand kannst du hier vielleicht doch nicht mitspielen und lange Farben drohen auch. Also, ich passe. Der Spieler nimmt den Skat auf, der Spieler drückt, tauft jetzt, glaube ich, einen Karo. Und jetzt auch ein kurioser Spielverlauf. Ich wirfe irgendwie, ich öffne ganz unverdächtig Kreuz Lusche. Ich meine, dass der jetzt natürlich den Karo ohne Sechsen haben muss. Das ist ja im Prinzip schon klar. Wo mein Partner muss im Prinzip drei Bauern haben aufgrund der Reizung. Sonst wird das hier bei 48 nichts. Also kann das höchstens ein Fünftrümpfer sein. Bei-Karte habe ich auch noch ein bisschen. Also ich bin schon sehr interessiert an dem Spiel. Aber was jetzt passiert, ist halt auch wirklich legendär. Der bedient hier den ersten Kreuz. Mein Partner hat plötzlich Kreuz Ass zur großen Überraschung. Jetzt kommt irgendwie Kreuz hinterher. Nee, jetzt, jetzt, das war's. Das war der Spaß. Jetzt kommt nicht Kreuz hinterher, sondern jetzt kommt plötzlich von meinem Partner Pik hinterher. So, Pik König, ich Pik Ass und der Alleinspieler wirft da irgendwie jetzt noch die Kreuz Dame ab. Das war der Moment, wo es wirklich witzig wurde. Jetzt ziehe ich natürlich Kreuz 10. Er wurde gestochen und wurde übergestochen. Und ich glaube, jetzt hatte mein Partner sogar noch Herzass in der Hand oder so. Also mit anderen Worten, der Alleinspieler hat übrigens auch Herzbuben gehabt. Der hat irgendwas ohne zwei einfach mal so in die Mitte der Reizkette bis 48 gereizt im Stock. Das kann man hinterher bei Skatmasters auch immer sehen. Lag Kreuz 7 und 9. Also ich hätte ein sehr schönes, stabiles Kreuz gehabt. Jetzt hatte ich halt 40 Punkte. Es lohnt sich aber in dem Moment auch gar nicht, sich darüber zu ärgern. Weil diese Bedingungen, wie das Turnier quasi aufgebaut ist, die erzeugen natürlich bei allen Mitspielern so diesen gewissen Druck. Und der eine oder andere kann dem Druck dann manchmal auch nicht so standhalten und überzieht das dann mal gnadenlos. Ist vielleicht auch schon, was weiß ich, im x-ten Versuch und mit den Nerven am Ende hat einfach mal gereizt. So. Und das geht halt allen anderen auch so. Deswegen habe ich nur für mich mitgenommen, okay, in diesem Päckchen wirst du wohl kein Spiel machen. Es sei denn, du kriegst ein Riesenblatt. Müssen wir halt dann zusehen, dass wir wenigstens ab und an 40 Punkte kriegen. So war es halt im zweiten Spiel auch noch. Und da hatte ich halt dann hier diese 80 Punkte erspielt. So. Jetzt haben wir also so ungefähr 1600 zu liegen und noch drei Päckchen zu laufen. Zehntes Päckchen. Ich gewinne ein Herz ohne Dreien. Der war gar nicht so schlecht. Und ich kriege einmal 40 von der Seite. 130 Punkte. Das ist ganz ordentlich im Prinzip. Aber hier schon wieder ein bisschen unter dem Paar. So. Also wir haben liegen 1700 und ein paar zerhackte und noch zwei Päckchen. Und ich hatte halt auch schon gesehen. Ich habe erst am Ende der Woche gespielt, am Mittwochabend. Ich hatte gesehen, du brauchst über 2014. Der fünfte in dem Turnier. Der fünfte in dem Turnier hatte 2000, ach so ist ja hier zu sehen, hatte 2014 liegen. Scharfe Hand war auch schon vorne mit drin, aber der war schon qualifiziert. Also ich wusste, ich muss mindestens hier über 2014 spielen. Und das hieß also, ja, es fehlen immer noch 300 Punkte aus zwei Päckchen. Ja, bleiben wir auf dem Gas. Und jetzt kommt an sich, sagen wir mal, die letzte Partie, die ich hier zeige. Im elften Päckchen gewinne ich im ersten Spiel einen Kreuz Schneider. Plus 36. Wunderbar. Im zweiten Spiel kommt nichts. Und jetzt kommt das dritte Spiel. Und im Endeffekt, es ist das viertletzte Spiel der Serie. Und ich brauche noch 220 Punkte. Mit anderen Worten, es ist, obwohl man schon 1800 liegen hat, es ist nicht die Zeit, irgendwie das Risiko zu reduzieren. Man muss halt weiterhin im Prinzip relativ irrsinnig auf dem Gaspedal bleiben. So, was bekomme ich für ein Spiel? Was bekam ich für ein Spiel? Ich bekam in etwa Folgendes. In etwa nehme ich auch wieder zurück. Es war schon ziemlich genau dieses Spiel. Ich bin da nur manchmal natürlich nicht mehr ganz sicher, was die einzelne Lusche oder so angeht. So, ich habe dabei, ich habe dabei Picass-Lusche. Und ich habe dabei eine blanke 10. Und ich habe dabei eine Doppellusche. Ja, das ist also die Ausgangskarte, mit der man sich jetzt in Vorhand halt erst mal beschäftigen muss. 18 werden geboten. Ja, wir halten. 20 werden geboten. Es ist uns ein bisschen mulmig, aber was sollen wir machen? Was sollen wir machen? Wir brauchen Punkte. Ich glaube, ich habe tatsächlich statt der Kreuz-Lusche hier noch die Dame so in etwa. Auf jeden Fall 20, Mittelhand passt, Hinterhand passt. Ich komme also ran. Und wir können ja hier auch leicht zum Gang finden. Ich meine, wir haben zwei Bauern. Wir haben zwei Asse, eine 10 zu quetschen. Wir sind Vorhand. Eine gute Verstärkungsgrade, ein Bauer, Kreuz 10, Pic 10, irgendwie was. Sonst schon bist du auf dem Gang unterwegs. Aber es liegt jetzt plötzlich, wenn man so will, Höchststrafe, Herzdame, Picdame. Also wenn man mir vorher gesagt hätte, ein Herzbild und ein Picbild, hätte ich erst mal gesagt, das hört sich gut an. Aber es waren halt nicht die Buben. So, jetzt haben wir also ein ziemlich schlappriges Spiel hier. Und ja, wie drückt man ihn jetzt? Drückt man aufgrund der 20er Reizung dann doch die Herz 10 mit weg, weil man denkt, nach Trumpf komme ich. Achso, pass auf, sorry Leute. Eine Karte muss ich jetzt doch nochmal tauschen. Es war nicht Kreuz-Ass, es war die Kreuz 10. Was jetzt nicht den Riesenunterschied macht, aber ich weiß doch, dass ich nicht tatsächlich das zweite Ass hatte. Deswegen die Idee krank, da hätte dann schon richtig gut drin liegen müssen. Aber okay. Wie drückst du ihn jetzt? Ich habe dann am Ende gedacht, nee, hier mit einer blanken 10 auch irgendwie läuft nicht so häufig. Herzreizung hinter mir auch nicht unbedingt ein Indiz, um jetzt die blanke Herz 10 zu spielen. Ich habe jetzt einfach, wenn man so will, auch wieder treu, doof gedrückt. Muss jetzt irgendwie halt gut laufen, das Ding. So, ich öffne Trumpf, Trumpf Lusche, Trumpf Ass, Trumpf König. Ich bin erst mal in Hinterhand, soweit, so gut. Jetzt kann natürlich auch gute Dinge können passieren. Herz kann geöffnet werden. Karo und Vollen stechen wir vielleicht jetzt auch nicht so schön, weil du die Karte verrätst, aber immerhin. Aber es kommt jetzt im Endeffekt der Stich, der eigentlich für mich am schlechtesten ist, dem am wenigsten weiterhilft. Es kommt Ratz, Fatz, Pik, Lusche spülte sich sehr blank an. Da ging der König rauf. Und ja, also ich glaube, den jetzt zu tauchen und sich dann Ass und Zehn abstechen zu lassen, ist halt auch nicht so der Masterplan. Eigentlich ist das schon eine schlechte Nachricht. Rausnehmen ist halt auch nicht gut, aber okay. Ich habe jetzt rausgenommen und habe gedacht, okay, wenn überhaupt, dann kannst du wahrscheinlich nur noch gewinnen, wenn Trumpf 3-3 steht. Also Kreuz-Bube gezogen, fällt Lusche-Lusche. Jetzt Karo-Bube gezogen, fiel Herz-Bube und Karo-Ass. Ja, und das ist also der Moment, wo jeder Skatspieler weiß, ich bin am Arsch. Dieses Spiel werden wir hier wohl kaum gewinnen. Wie soll das noch gehen? Und leider in diesem Kontext, wir sind bis ins elfte Päckchen gekommen. Wir sind sogar bis ins elfte Päckchen und zwei Drittel der Strecke gekommen. Und jetzt verrecken wir hier gerade kurz vor der Ziellinie. Es ist zum... So, was passiert jetzt aber? 30 haben sie liegen und der Spieler hier, man muss ja sagen, hier sind dann häufig auch Hobbyspieler unterwegs. In der ersten Liga wird jetzt normal sofort der letzte Trumpf abgezogen, damit dann da kein Einschub mehr ist. Und dann wäre direkt Karo 10 reingegangen. Hier aber passiert es anders. Es wird einfach der Bube nicht abgeholt. Und plötzlich ergibt sich da irgendwie so ein ungewöhnlicher Spielverlauf. Es liegt Karo da mit Karo 10. Ich nehme ihn natürlich mit der Trumpf 10 und spiele einfach Trumpf wieder raus. Was soll ich anders machen? Pik Bube. Und jetzt wird da allen Ernstes dann zu meinem großen Glück das Herzass reingelegt auf 46. Und ich meine, sie haben ja immer noch einen Pikstich im Blatt. Aber jetzt kam erst mal so ein Karo 0 Augen Zwischenzug. Und wenn ich hier in meine Karten gucke, dann sehe ich, dass hier nur noch Karo König und Lusche ist. Was mit sehr ziemlicher Sicherheit bedeutet, dass ich am Anfang auch noch einen kleinen Fehler hatte. Und nicht Karo Doppel Lusche im Blatt, sondern Karo König Lusche. Das heißt, der Karo König war gedrückt. Das ist das, was ich meine. Wenn ich jetzt so aus dem Gedächtnis die Partien hinlege, dann ist manchmal doch noch ein Bild oder eine Lusche, die irgendwie anders steckt im Spielverlauf, kriege ich das dann wieder auf die Kette. Also so war es mit Sicherheit. Deswegen, ich hatte auch überlegt, ob ich hier 14 drücke oder dann doch nur 4 in Karo. Und mich letztlich so entschlossen. Also jetzt lag hier Karo 8, Karo 7. Okay, ich habe die Pik 9 abgetragen. Und jetzt war das Spiel im Prinzip halt immer noch tot. Denn der Spieler, der Herz gereizt hatte, hier links saß, hatte halt den Herz König zu dritt gehabt. Und die Mittelbauern, das waren seine 5 Trümpfe, mit denen er gereizt hat. Kreuz Ass noch mit dabei. Und der andere Spieler hat halt jetzt noch die Herz Lusche und die Pik 10. Und jetzt schafft es wirklich im achten Stich hier der Spieler mir jetzt, also die Geschichte zu kompletieren, indem er hier wirklich den Herz König ausspielt und nicht die Herz Lusche. Und da mache ich plötzlich mit Herz 10 und Dame beide Stiche. Ich hatte gar nicht mehr so richtig gezählt, weil die Messe war ja eigentlich gelesen. Ich hatte gar nicht mehr so richtig gezählt. Jetzt war es natürlich nicht schwer für mich zu spielen. Ich mache hier noch diesen Herzstich. Ja, und die anderen kriegen am Ende bei erst Anfang 40 liegen noch diese 13 Augen. Und ich gewinne hier diesen Kreuz mit 64 Augen, mache damit dann tatsächlich in dem Päckchen doch noch die 160 Punkte, bin also weiter im Rennen und bekomme dann im ersten Spiel des zwölften Päckchens in Vorhand ein unverlierbares Gang mit 2. Damit hatte ich den fünften Platz überholt. Damit war ich vor Senneland und zumindest virtuell in dem Moment qualifiziert. Es kamen jetzt noch einmal 40 von der Seite auf 162 und ich schloss also diese Serie mit 2068 ab. Musste noch einen Tag warten, den Donnerstag noch abwarten, aber es kam keiner mehr von hinten. Und ja, das also zu der Frage, fährt der Daniel nach Berlin und wie klappt das so? Dieses Mal wirklich haarscharf. Ich habe schon gar nicht mehr dran geglaubt. Ich habe geglaubt, das erste Mal seit acht oder neun Jahren, dass ich beim Masters nicht dabei bin und dann eben kurz vor Toresschluss nach dieser langen Strecke des Versuchens, Probierens und Scheiterns kurz vor Schluss im vorletzten, ich glaube zwei Turniere sind jetzt nur noch, also im drittletzten Turnier dann genau den dritten Platz. Und ja, die Freude ist groß, die Erleichtung ist groß. Ich freue mich drauf. Ich fahre Ende des Monats nach Berlin. Sicher bekommt ihr das dann in irgendeiner Weise auch nochmal mit. Wahrscheinlich wird auch Skat-Guru wieder das anzeigen. Also stalkt mich gerne beim Skat-Masters und ich bin gespannt, was wir da wieder für Duelle und Gemetzel und Partien erleben werden. Danke für euer Interesse. Macht's gut. Und as always, good blood. Ich bin gespannt, was wir da wiedersehen.